Einer der wichtigsten Momente im Kalender sozusagen angestrichen, das ist der erste Freitag im Monat. Wir haben mehrmals schon darüber gesprochen, nein, immer wieder. Es ist ja ein fortlaufendes Problem oder eben eine fortlaufende Freude. Das sind die US-Arbeitsmarktdaten aus Amerika. Die sind heute veröffentlicht worden, 14.30 Uhr, wie immer von der Uhrzeit. Die Daten, ich habe es hier mal extra eingeblendet, ihr seht die Non-Farm-Payrolls, höher als erwartet und sogar höher als zuvor, also mehr neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft. Und da sehen wir also einen Anstieg. Entsprechend die Unemployment-Rate, die Arbeitslosenquote ist gesunken, sogar deutlich mehr, als man davon ausgegangen war bisher. Ihr seht, dass 5,4 Prozent nur nach 5,7 erwartet, 5,9 Prozent, die wir zuvor hatten. Hier gibt es noch ein paar weitere Daten. Ich finde es noch ganz interessant, gerade wenn es um die Teuerung geht. Also um sowas wie Inflation, auch wie die Arbeitslöhne sich entwickelt haben. Und da sehen wir, dass die Average Hourly Earnings, also die durchschnittlichen Stundenlöhne, dass die gestiegen sind im Jahresvergleich um 4 Prozent. Erwartet wurden nur 3 Prozent Anstieg, nach zuletzt 3,7 Prozent. Auch im Monatsvergleich nochmal ein Anstieg. Also ihr seht, das Ganze wird teurer. Das ist insofern nicht ganz unspannend, weil wir zwei Sachen ja im Moment im Auge haben. Nämlich mit Blick auf das, was Jerome Powell gesagt hat. Nämlich einerseits die Arbeitslosigkeit. Die spielt eine ganz erhebliche Rolle. Idealerweise Vollbeschäftigung. Da müsste der Markt also richtig, richtig gut brummen, wenn alle wieder arbeiten. Und dann können wir auch mit dem Tapering tatsächlich beginnen. Naja, es sieht zumindest jetzt immer ein klein bisschen besser aus, als erwartet war. Was bedeutet das? Kommt dann doch Tapering bald oder bälder als erwartet, was für ein Wort. Aber muss man damit rechnen. Auf der anderen Seite ist die Inflation ein Thema. Und die ist in zweierlei Hinsicht natürlich spannend. Nämlich auf der einen Seite, wenn es darum geht, was sind die Faktorkosten der Arbeit. Und das ist natürlich der Lohn. Und das sind natürlich die Rohstoffe. Beides steigt offensichtlich und beides wird sicherlich entweder dazu führen, dass die Unternehmen weniger Gewinne machen. Oder dass sie diese Preissteigerungen eben weitergeben werden durch die höheren Preise am Markt. Also sprich dann eben Inflation tatsächlich auch in die Portemonnaies der Menschen ankommt. Also zwei wichtige Faktoren, die auch im Hinblick auf die Aktionen der Notenbank nicht ganz unrelevant sind. Dementsprechend nachvollziehbar, dass hier besonders aktuell drauf geguckt wird. Ich bin Chart-Techniker, das heißt, ich wage jetzt nicht, dieses Ding hier wirklich zu interpretieren. Das könnt ihr tapfer machen. Diskutiert das gerne auch unten drunter in den Kommentaren. Schreibt was rein, wie ihr das auffasst. Ist das jetzt eine gute Nachricht für die Märkte? Oder ist das eine schlechte Nachricht? Die gute Nachricht, Mensch, klasse, es geht bergauf. Oder die schlechte Nachricht, die Notenbank wird mit dem Tapering anfangen. Da können wir uns gerne hier in den Kommentaren dazu ja auch nochmal auslassen. Ich gucke allerdings nicht so sehr drauf, was meine Einschätzung ist. Sondern ich gucke am ehesten drauf, was die anderen daraus machen, also die Marktteilnehmer. Und wenn wir da den Dow Jones angucken, also den langweiligen Markt, das sage ich jetzt mal bewusst ein bisschen böse oder provokant, der ist gestiegen anschließend. 14,30 war hier und der Markt auf dem Weg nach oben und eben nicht in die Box. Man muss dazu sagen, er ist ja schon nahezu auf diese Höhe runtergegangen. Deshalb hätte er es am ehesten verdient, diese Box gar nicht mehr zu sehen. Ganz ausschließen können wir sie nicht. Unter Umständen werden wir die später nochmal treffen. Das heißt, ein Verschieben einfach nach rechts, denn ganz unten waren wir da eben noch nicht. Aber wie gesagt, der Dow Jones müsste es am wenigsten. Aktuell eben positiv die Stimmung. Und solange die Abwärtsbewegungen, die wir jetzt hier sehen, wackelig sind, so ähnlich wie hier. Das sieht man auch anstiegssteil, aber wackelig nach unten. Und wenn ihr sowas seht, dann habt ihr immer erstmal eine Idee, könnt ihr hier nochmal aufgreifen. Das waren hier die Arbeitsmarktdaten. Die verpasse ich gerne. Da handele ich extrem ungerne. Man versucht zwar idealerweise hier reinzukommen, aber aufgrund der Schnelligkeit wird man meistens hier sehr teuer eingestoppt. Das macht meistens dann keinen Sinn. Aber wenn ihr so eine Bewegung seht und die abgelöst wird von so etwas typischen wackeligen A, B, C beispielsweise, dann hat man eine Idee, dass die nächste Bewegung, wenn diese Korrektur abgeschlossen ist, da kann man den Trendkanal benutzen. Das mache ich nicht so gerne, aber zwischenhochs beispielsweise da oder da oben, dass dann sich die Bewegung erst nochmal fortsetzt. Hier zugegeben auf einer sehr kleinen Ebene. Man muss das nicht immer handeln, aber man hat es zumindest mal indikativ, was da tatsächlich passiert. Also das war eine gute Voraussetzung. Wenn wir dieses Kriterium an den Tag legen, dann haben wir jetzt eigentlich eine zumindest mal vorläufige Voraussetzung für die Abwärtsseite sogar. Nämlich die letzte scharfe Bewegung war runter. Und falls diese hier eine A, B, C noch wird, idealerweise mit steigenden Hochs und anschließend hier durchgeht, ja, dann müsste eigentlich das hier nochmal kommen und da werden wir dann sehen, ob der Kurs dann hier noch mehr Schwung hat oder ob der Kurs dann hier tatsächlich dreht und dann die nächste Aufwärtsbewegung macht, wieder à la A, B, C runter und dann die Voraussetzung nach oben. Also ihr seht, da gäbe es mehrere Trigger um sich dann entsprechend, je nachdem, wo der Markt da gerade steht, wenn er getriggert wird, diese Bewegungsrichtung ein bisschen zumindest nochmal fortzusetzen. Schauen wir aber in dem Vergleich auch nochmal auf den S&P 500, denn der hat diese Box längst nicht so sehr erreicht, denn eigentlich müsste ich die Box hier unten erst anmalen. Da ist die 38er Marke. Hier vorne ist zwar auch so ein bisschen eine Cluster Marke, aber die ist zugegeben relativ zu hoch. Aber da würde ich mich noch darauf einlassen, dass die vielleicht auch noch reicht hier als Ziel. Da war der Markt dann nicht mehr so sehr weit von entfernt, aber eben ein gutes Stück schlechter eben, was das angeht, aufgestellt. Gucken wir mal, was um 14.30 passiert ist. 14.30 ebenfalls, nee, das ist nicht ganz gelogen. 14.30 war hier, dann der Anstieg nach oben. Aber wir sehen das schon, anders als die Standards, die Blue Chips, so muss man sagen, die Value-Titel, ist der Kurs anschließend sogar nochmal tiefer gegangen unter dieses Niveau und hängt jetzt hier so in der Hin- und Her-Wackelei entsprechend fest. Also wesentlich weniger positiv das Bild, auch wenn der Gesamteindruck natürlich nach wie vor erst nochmal nach oben hier geht. Aber auch hier denkt daran, dieses Tief hier, das, was wir hier haben, wer es nicht sehen kann, 4.390 in etwa, dieses Tief beim Future gesehen, S&P Future, würde sicherlich gute Chancen triggern, dass der Markt dann tatsächlich diese Bereiche um die 4.350 nochmal erreicht. Das ist kein Versprechen, aber wenn er das nochmal nach unten durchstößt, dann bin ich nicht so richtig glücklich, auf der bullischen Seite, sondern eher dann spätestens nochmal für diese Zone wieder zu haben, die wir vielleicht ebenfalls ein bisschen nach rechts schieben müssen. Es ist kein Versprechen, dass er da reinfällt, aber relativ wahrscheinlich. So, warum ist das so, dass der Kurs hier so harmlos ist im Gegensatz zum Dow Jones? Das liegt sicherlich auch an den US-amerikanischen Tech-Titeln, denn die sind witzigerweise zur gleichen Zeit genau in die falsche Richtung unterwegs. Sie gehen nämlich in die andere Richtung. Die sind nämlich direkt nach der Nachricht nach unten weggebrochen. Die Gründe dafür, da muss ich mir als Charttechniker keine Gedanken machen, das könnt ihr als Fundamentalisten natürlich sehr gerne, zeigt aber, dass der Markt offensichtlich hier im Moment kein Interesse hat auf der bullischen Seite, sondern dass das eher auf der Abwärtsseite ist. Allerdings das Geschehen, was wir im Nachgang haben, zeugt wieder davon, dass man sich so ganz sicher auch noch nicht ist, weil Markt kam steil auch wieder hoch, okay, aber dann doch wieder runter. Also da ist man noch auf der Findung, was das hier als nächstes gibt. Beim Nasdaq, muss ich sagen, finde ich es am doofsten zu sehen, weil ich am wenigsten erkennen kann, was hier der Plan sein soll. Offensichtlich wissen die Marktteilnehmer noch nicht, das sieht man hier an dem Verhalten, weil in beide Richtungen starke Dynamiken, aber in beide Richtungen auch irgendwie so ein bisschen wackelig, wenn ihr das hier hinten seht. Also diesen hinteren Teil, das ist nicht die wirkliche Überzeugung für die eine oder andere Richtung. Also die sind noch in der Findung, wenn ich mich entscheiden muss für irgendeinen Markt, das ist der letzte, den ich jetzt im Moment im Petto habe für eine aktuelle Position. So, und wenn wir über den US-Markt reden, sollten wir zumindest mal kurz auch auf den deutschen Markt gucken. Nur viel muss man nicht erzählen. Wir sind offensichtlich hier auf dem Weg nach oben noch. Da merkt euch mal grob die Zielrichtung 1600 vor, wie es von dort weitergeht, werden wir dann sehen. Das müssen wir nicht jetzt im Detail besprechen, aber im Moment gibt es hier jetzt keine Schwäche zu sehen. Anders beim Goldkurs, und damit wollen wir dann jetzt abschließen, denn der hat tatsächlich ja das, was wir angesprochen haben, dass er eben null Stärke hier im Moment hat, dass er dann nach unten durchstoßen. Er hatte hier ein Cluster auf der Unterseite. Ob er da durchgeht oder nicht, das weiß man immer nicht im Vorhinein. Das ist aber eine Indikation. Sprich, wenn er so ein Cluster liegen hat, ist die Chance für einen Abpraller groß. Meine Idee dazu immer, dann genau hinzugucken, prallt er da ab. Im Moment sieht man hier, da war kein Abpraller. Ja, also der Markt hat hier nicht mal versucht abzuprallen. Die Marke liegt ungefähr, wenn man das hier mal so guckt, bei 17,90. 17,90, das ist hier. Da sieht man, dass selbst im 5-Minuten-Chart der Markt überhaupt keine Ambitionen hatte, mehr zu bremsen. Und dann ist schnell Platz bis zum nächsten Cluster. Und richtiges Cluster, da war keins, das ist eine Einzelmarke. Hier war keins, ein bisschen war hier was, hat der Markt aber auch nicht so richtig genutzt. Jetzt haben wir hier das nächste Cluster aus vielen verschiedenen Marken. Man sieht das so ein bisschen, das sind buntige Linien. Ich mache es mal einmal ein bisschen größer. Das ist nicht, weil diese Linien hier ganz viel und gebunter, desto schöner, sondern das liegt einfach daran, dass Marktteilnehmer sich an gewissen Leveln orientieren, für ihre eigenen Stops, für ihre eigenen, ach komm, da gucke ich mal wieder drauf. Und je mehr Marken eng beieinander liegen, desto mehr Marktteilnehmer gucken wieder drauf und werden dann wieder aktiv. Das muss nicht drehen, das haben wir hier auch gesehen, ist aber für uns eine typische Hinguckmarke. Das heißt, hier sehen wir jetzt, oder umgekehrt, wenn der Markt hier durchplumpst, dann, also entweder prallt er hier richtig ab, oder er fällt direkt durch. Das klingt jetzt zwar nach einer, ja super, da kann ich mir nichts für kaufen. Nein, im Gegenteil. Wenn der Markt jetzt hier an so einer Stelle ein bisschen Anstieg gezeigt hätte, hier irgendwelche Ambitionen nach oben, hätte man kaufen können und hätte eine echte Chance gehabt, dass wir einen weiten Run kriegen. Wenn er aber nicht steigt, dann kann man an der Stelle sein, dann verkaufe ich halt den Markt an der Stelle und weiß, die nächsten Zielmarken liegen ungefähr hier. Ob man das jedes Mal für einen Trade nutzen mag, ist eine andere Geschichte. Es hilft aber mindestens mal für die Orientierung, dass man sagt, ich muss jetzt nicht long gehen, wenn wir hier wie ein Stein durch dieses Cluster durchfallen. Das ist doch ein Zeichen, wenn wir hier ganz viele auch Unterstützung aus den Zwischentiefs hier hatten und der Markt das null nutzt. Also das vielleicht mal so für den Hinterkopf. So, jetzt sind wir wieder am nächsten Cluster. Jetzt wird es sich wieder im Neuen entscheiden, ob es uns ähnlich geht wie hier oben oder ob der Markt jetzt hier tatsächlich Stärke zeigt. Und Stärke sähe im Chart so aus, wenn es also nicht nur irgendwie so hoch wackelt und insbesondere, wenn dann die Gegenrichtung, sobald sie eintritt, dann eben schwach ist. Das ist immer ein gutes Indiz. Es ist kein Beweis, aber ein gutes Indiz zu unterscheiden, welche war nochmal die stärkere. Wenn ihr das unterscheiden könnt, dann wisst ihr, in welche Richtung ihr euch vorrangig festlegt und ob ihr dann mit engen Zielen oder weiten Zielen, mit engen Stops oder weiten Stops, das ist dann ein bisschen ein persönliches Ding und muss jeder selber entscheiden. Oder aber ihr guckt euch natürlich gerne an, wie wir das machen. Das gebe ich ja immer ganz konkret auch mit Marken im Bond for Trading und auch immer wieder im Trade des Tages. Da wieder, wo wir für uns jetzt unsere Entscheidungen da fällen, da könnt ihr euch dann orientieren, wenn ihr das möchtet. So, soweit aber jetzt erstmal der Überblick. Euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende in der Hoffnung, dass ihr das Beste noch aus den letzten Stunden des Handels machen könnt. Anschließend gute Erholung. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin macht's gut. Toto.